Kor- Kor- Kor, er macht dritten Imposter, schickt alle zu O2 rüber. Es ist so krass, Bruder. Kor- Kor, ich hab dir vertuht, direkt direkt zu O2. Ich hab dir vertuht, Lash my Nudes! Ja echt, ich wollte auch, ich wollte auch Reactor machen, was du denkst. Immer Geld verlieren, ja, immer Geld verlieren. Nein, Bro, geller. Und mein Kill an Roat war so geisteskrank. Ich hab den gesehen, du bist reingewentert, ihn gekillt und outgewentert. Ich hatte wirklich Glück, dass Kalle neben mir stand, weil Kalle schon davor saßt. Ich bin so sauer. Wo ist Cello? Das war das Ding, ohne Spaß. Das war der einzige Grund, warum ich nicht gewählt habe, Kalle. Der einzige Grund, aber ich wusste danach im Nachhinein, wenn du's nicht willst, dann ist es Bucher und Willi. Was war der Grund, warum du mich gewählt hast jetzt? Weil er schon davor war, ist das was. War halt 50-50, die Hälfte sind schon draufgegangen, da hab ich gesagt, okay, gut, geh auf Kalle. Wenn du's nicht willst, dann ist es Bucher und Willi. Es war halt 50-50, es war halt 50-50 in so einem Moment. Und du warst halt schon ein bisschen angestetzt davor. Na, na, keine Ahnung. Es ist mir leid, Kalle. Ich bin bei den Arschis, Jungs. Jungs, ihr müsst euch manchmal wirklich eine eigene Meinung bilden. Ich kann Bucher gewinnen. Ja, weil ich besser bin als zu einer Mon. Ah, weiß ich jetzt nicht, Butcher, warte ab. Egal, wir müssen weitermachen, Jungs, als Cremades. Hey, was machten Eli und Willi und Willi? Sie haben gerade Krisengespräch. Wer denn? Ja, ähnlich mit Core. Wegen dem O2-Wird-Core. Da kann man schon drücken. Ja, was geht's denn? Also, was ist da passiert? Ich hab halt auch nur Kalle gewählt, sorry, weil du halt erst, wenn das Haus warst. Ja, das war auch gut. Ja, aber Bro, was soll ich denn das wissen? Es war 50-50, Bro. Kannst du das nicht verstehen? Ich rufe von Kalle. Einer musste es. Mach Lobby auf, mach Leute. Mach Leute, es sind die ganze Zeit die gleichen. Mach neue Lobby. Mann, 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 da ist die Taktiktafel draußen, das bringt nichts. Bro, die gut war mein Killer nicht? Redet mir. Du hörst es. Halt die Schurze. Du, hört mir zu. Ich mach's so kurz vorm. Die Runde, Real Talk, ich geb' euch gar nicht die Chance. Die Schuld, Kuba, Kalle, Matze. Koray sagt bei sieben... Du willst mir jetzt hundert Prozent? Ich geb' dir hundert Prozent. Koray sagt bei sieben, lass zuerst den rauswählen, dann diesen Button abcampen und ab den anderen rauswählen. Aber das geht nicht, weil wenn der siebte falsch ist, haben die gewonnen. Weil ihr könntest nicht abcampen. Weil sie Reaktor aktivieren. Ja, sie aktivieren irgendwas. Du kannst nicht campen und entweder wenn du campst, dann gewinnt ihr durch Reaktor. Also ja, durch das Ablauf-Ding. Oder wenn sie da hinrennen, rennen die beiden Impostor einfach nach links und kämpelt. Und ihr wart sieben, ne? Ihr wart sieben und Koray und ich gevotet. Ich geb' dir den Call. Ich geb' dir den Call. Also auf sieben wählt man nicht aus. Ich geb' den Call. Das wird's ihnen klar. Es war ja hundert Prozent einer von beiden. Wir haben erstens den falschen gewählt und zweitens, dass Billi und Postor war auch sehr ungezogen. Koray teilt die Subs, dafür wäre ich. Du kannst meine fetten Eier lecken. Du bist mein Tempo, Alter. Nicht mein Tempo. Machen wir Subs direkt? Nein, nein, nein. Wir spielen. Wer war? Willi und Pura? Ne, Willi. Die Taktik-Karfe draußen in Berlin. Pura, du hast dich schon mitgemacht. Ich hab mitgemacht. Diese Filme, du hast doch nicht, oder? Ja, doch. Elie hat gesagt, jeder macht mit. Natürlich auch nach uns. Dinger, ich muss eine Sache sagen. Ich hasse euch alle. Neue Lobby. Eli, warst du sauer? Neue Lobby. Außer Hugo. Ich hätte dir einen Blasen, wenn ich könnte. Weißt du, dass er das nicht versteht? Man hat mich so verfurcht gemacht. Ich verstehe doch. Ich verstehe doch. Ich sage doch. Du bist die Person, die am meisten... Jetzt? Kaurei, du wolltest den Helden spielen. Ja, na, also... Ich weiß nicht. Jungs, ich sage, 7 habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Neue Code. Neue Code. Bei 7, bitte tut mir einen Gefallen. Ich habe nur zwei Bitten an euch, weil ich werde gleich wieder gekillt wahrscheinlich. Achtet drauf, was die Leute am Anfang machen. Derjenige, der die Leiche findet, bisschen drauf achten, was drumherum passiert ist. Und bei 7 wählt man nicht. Dann geht das klar. Kleines Lob an die Imposter vom... Nur gewonnen, Bro, weil... GG. GG. Das war eine letzte Runde. Wie, Bruder, wir haben drei Runden gespielt oder so? Ja. Manchmal appreciate noch, obwohl... Ja, es macht Sinn. Macht Spaß, wirklich. Mein Gott. Danke, Kuba. Hab ich doch wirklich erlebt. Chat, ich muss kacken, Alter. Ja, der Döner schmeckt nach Pappe, Mann. Ist uns scheißegal. Ist uns scheißegal. War nicht ein Mute-Chat. Gib die Schere. Nee, oh nee. Okay, ich kann viel ausschließen, das war kein guter Kill. Renit, wo ist es? Ich bin ganz rechts, ich bin ganz rechts. Admin. What? Lower Engine ist der Kill. Eli was mit uns hatten? Rhyrex, du warst gerade bei mir. Ich war gerade bei dir, Bro. Eli was mit uns hatten? Elders und ich... Ich glaube, Blood. Robert, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich bin Admin. Also ich kann... Ich kann Hugo save und Kalle. Ich war Electrical. Ich war Electrical. Ich habe gesehen, Kuba das den Upload gemacht hat. Ich bin runtergelaufen durch den Lower Engine. Und da war alles die Leiche. Wie es vorher... Kalle und Elders sind entgegengekommen. Das war... Achso. Ne. Elders war doch bei uns. Rhyrex? Er kann von unten gekommen sein. Er kann von unten gekommen sein. Nein, nein, nein. Elders haben wir uns zurückkommen. Elders haben wir uns zurückkommen. Ich habe gerade den Code gemacht bei Admin. Boah, schwieriges Thema. Boah, keine Ahnung. Wo kommst du? So, am Anfang der Runde habe ich erstmal bei Madbay mein Dings gemacht. Diese Reagenzgläser. Dann Upper Engine habe ich da erstmal dieses Gerade gemacht. Und danach habe ich oben Upper Engine, habe ich diesen Invent, die Tennisballe rausgeholt. Und dann hat schon Code gemacht und da habe ich es gesehen. Aber ich war oben. Ich war oben. Du warst, glaube ich, nicht Madbay, oder? Ne, am Anfang der Runde. Am Ende war ich Upper Engine und da sind wir zusammen dann nach Admin gerannt. Bist du nicht von unten gekommen von Lower Engine? Ne, ich habe doch gerade gesagt, wo ich war. Madbay, danach Upper Engine. Immer noch Upper Engine geblieben und danach ging schon der Code an. Ja gut, also es gibt hier, das können mehrere Varianten sein. Entweder ist Elders, also Elders und Roat und Korya und ich waren Admin. Kann aber sein, dass Elders und Kale von unten gekommen sind. Das weiß ich nicht. Real Talk, Real Talk. Ich will auch eins auf dem Schirm haben. Nur auf dem Schirm haben. Rhyrex Self Report. Ganz kurz, ganz kurz auf dem Schirm haben. Ich habe Kalle und Elders gesehen, wie die mir entgegen gekommen sind. Und ich bin Lower Engine gekommen. Und wenn die von dort kommen, Kuba, waren die vorher Electrical? Das Ding ist, Elders, guck mal. Ne, ich habe nur dich gesehen, Bro. Ja, und wenn die da nicht Electrical waren, dann kommen die von Lower Engine. In Lower Engine liegt der Kill. Ey, warte mal. Wer war das genau jetzt nochmal? Kall und Elders. Ich bin immer noch 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 Elders. Also, Huko kann nicht auch safe ausschließen für den Kill. Ein Kill ist passiert, Bro. Man denkt, es ist keine Ahnung, was hier gewesen ist. Elders, Geistesgangs. Das ist so krass. Realtalk Geistesgangs. Nein, ohne Sinn. Bro, wie ohne Sinn? Gleich wären zwei gekillt, dann lass ich es sein. Wir können den, wir können den gegen den Weg gehen. Wir haben voll die auch raus. Oh I'm sorry miss Jackson Oh finger Oh I'll be free never rake and broom and hate the gun I'll be free never rake, I'll be free never rake Du hast Admin auch gesehen, dass zwei Electrical waren, ne? Was? Warst du Admin mit mir gerade, vorhin? Ich war gerade eben ganz kurz Admin, ja, ganz kurz. Aber hast du auf der Table geschaut? Ja, nein. Wo hab ich geguckt? Ins Table rein. Was ich denk? Er blieb drinnen? Lieb drinnen nicht, nein. Nein, okay. Du warst doch drinnen. Also ich glaube, Jello ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen tot. Ich hab ihn in den Camps gesehen, dass er irgendwo hingegangen ist. Ich hab nicht genau drauf geachtet. Jaja. Ich war linke Seite jetzt. Er war länger tot. Ja, wo ist denn der Kill? Achso, achso. Der Kill ist electrical. Die Türen wurden zugemacht. Ich bin reingegangen und der mit die Leiche. Da war einer und der muss rausgewendet sein. Der muss rausgewendet sein. Ich bin gerade rechts. Die Camps, wirst du mich gesehen haben, Rort. Mit Kuba. Kuba ist gerade frisch dazugekommen. Nein, Bruder, du bist doch Mad Bay. War ich gerade Admin oder so? Was für Mad Bay? Jungs, die Gästen. Nein, Navigation kann ich Kodai safen. Navigation war gut. Navigation ist ganz rechts. Achst mal. Mit einer, Rort, du hast die ganze Zeit Camps. Ja, aber ich kann... Bruder, da ist so viel passiert. Du kannst nicht auf alles achten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, sagt doch mal jeder, wo er ist überhaupt. Bruder, ich bin rechts Navigation. Ich bin gefühlt 70% der Runde. Okay, 65% sowas. Obwohl, ja stimmt. Du bist ganz Navigation. Stimmt, stimmt. Ja, Bruder, stimmt. Welche sind wir Mad Bay? Achso. Boah, ich weiß nicht. Aber das heißt dann... Was ist mit Hugo? Rirek hat doch die ganze Zeit mit hier. Ich kann sagen, ey, du ist safe, weil der dieses Scannen-Ding macht. Ganz kurz. Ja, ich bin runtergelaufen. Die Türen waren elektrisch wieder zu. Ich gelauf rein. Ehe liegt da. Der muss rausgewendet sein. Er muss entweder in Mad Bay rausgekommen sein. Das kann aber auch sein, dass du... Hast du was gesehen mit Camps, Rort? Man weiß es ja nicht. Ich sag's dir nur. Es muss halt offen sein. Aber Rort musst du eigentlich... Also, eigentlich Camps und die Mad Bay. Jungs, ich hab... Ich konnte... Da sind die ganze Zeit bei den Camps und Leute rumgelaufen. Ich konnte nicht die ganze Zeit drauf achten. Das ist auch schwierig einzuordnen. Klar, ich raff das auch nicht. Egal, Jungs. Kommt, wir haben das. Das war grad echt krass. Ich wollte... Ich hab grad glaub gedacht, glaub ich. Ja, ne, nicht schlimm. Ja. Eldor ist tot. Ja. Eldor ist tot jetzt. Okay... Okay... So. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Äh, Eldos Kamerad ist Mad Bay und da liegt ne Leiche. Ich hab doch gesagt er redet das. Ich war nicht im Mad Bay drinnen. Die Türen waren zu. Ja weil ich von rechts oben kam. Ich hab wirklich nicht drin. Ich hab ihn in den Caps gesehen davor. Es sind 7, wir wählen bei 7 nicht. Aber warte mal Hugo frei. Ich war nicht drin. Wie schnell soll ich das aber noch sagen? Es reicht mir. Guck mal, ich will das gleiche wie grad eben. Guck mal, hör mir zu. Nein, nein, nein. Aber ruhig, lass mich einmal ausreden. Wenn Coray jetzt Crewmate wäre, dann würde er niemals das sagen, weil er Angst kriegt, dass Eli das sagen würde. Ich sage Coray ist es. Kleine Runde. Kleine Redeball. Du spielst zum ersten Mal seit 17 Jahren. Aber Hugo schert mich doch. Kann ich kurz reden? Kann ich kurz reden? Ja rede. Okay. Erstens, wir wählen nicht bei 7. Und zweitens, wir haben die ganze Runde gesagt, dass Coray sehr sass rumläuft. Haltet mir auch ganz kurz im Auge bitte. Bitte Jungs, ey. Wirklich Rohr, spiel mal kurz. Erstmal seit 18 Jahren. Er sagt, Coray noch was nie. Jungs, die Tars sind sogar... Boah, du hast doch das gerade gehört. Du bist Coray, ich ficke dich. Die Tars sind fast fertig. Die Tars sind fast fertig. Guck doch nach oben. Ja, ja. Okay, krass. Du bist so dumm. Du spielst seit 80 Jahren mit dem Spiel. Ey, ich bin dumm. Ey, alle Tars machen. Einfach Tars machen. Einfach Tars machen. Einfach Tars machen. Einfach Tars machen. Auch an die, die tot sind. Einfach Tars machen. Wieso fassst du durch? Auffass auf Codes und so. Fertig. Jawohl, nur noch das hier. Halter Land. Fertig. E привulich? Warte, Laude. Kante kannst du denn machen, Alter. Halt, Entresse. Wer macht seine... Wer macht seine Task nicht? ja was irgendein bastard macht seine task nicht eine task fällt noch direkt ein einziger task eldos hast du oben rechts gemacht ja ne ey warte warte ich hab gerade mit eldos um warum kam danach ja jungs es fehlt eine task wester wird wester wird im raum links im raum also ich werde auch dafür wir müssen jetzt trusten die werden jetzt code machen aber wir müssen diese task ganz kurz eldos ich weiß dass du oben rechts gemacht hast und ich habe unten rechts gemacht ja und das ding ist welcher wer hat denn noch mann digga ey es fackt mich nein jungs eine task fehlt nein digga wenn ich jetzt verliere werde ich auch keine subs geben weil es ist respektlos wenn wir jetzt skippen dann macht jemand code oder so und dann haben wir verloren die die nicht task haben gehen zu code und die die task haben schön gesagt andere wahl haben wir nicht warte mal lass uns schon mal aufteilen machen wer ist der mit der einzigen task oder das ist ein geist jungs das wird nicht warte hör mir mal zu hat jemand von euch eine task noch offen jungs das wird nicht so klappen jungs das wird nicht so klappen wir müssen ein nein warte was koray und eldos haltet mal bei dir die fresse weil ihr beide am sassesten seid ihr schwänze jungs wieso ist eldos safe wieso ist eldos safe wenn wir jetzt skippen dann werden wir kauf machen und wir verlieren doppelkirche ja hör mir zu 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 ey jungs bitte hör mir zu koray hat vorhin hat vorhin ey warte mal lass dich doch mal ausreden bura du schwanz gesicht koray koray hat vorhin die ansage bekommen von eli dass wenn noch sieben sind dass man nicht votet ja und er wollte voten und er wollte voten das würde er niemals machen wenn er koray will bitte das koray weg bitte das koray weg lass bitte koray weg bitte aber warum warum ist es hundertprozentig warum ist es hundertprozentig wenn hugo eldos safes ich hab's verkackt ich hab's verkackt ich hab's verkackt ich hab schon nein dicker man weißt du ihr habt recht warum wählen zwei nicht jungs checkt ihr nicht dass man wählen muss bei sich warum wählen zwei nicht ich hab's verloren nein eine aufgabe wenn's ein geist ist ich werde keine subs geben wenn's ein geist ist ich werde keine subs geben direkt task guys direkt ist links reaktor ist links reaktor ist links ja wer war's wer war's oh mein gott das war die letzte chance 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 Junge koray und ich ja digga oh mein gott ey koray koray ich hatte gerade eben ich hatte gerade eben eine sekunde auf kill bei eldos digga mein gott ich verstehe nicht warum die noten nicht auf mich hören sagst obwohl nur noch zwei tasks fehlen oder sowas ey das ein rausfoten ja rausfoten rausfoten und du undro stiftet real talk real talk das sah so sass aus jungs heute krass die leischen liegt da er muss raus eigentlich heute krass also rohr hat einen aufgespielt komplett recht gehabt wie jungs auch so ich muss noch was sagen bei 6 es macht keinen unterschied ob ihr jetzt den falschen raus wählt ich hab's so gesagt ja das hab ich auch am ende erst gesagt hä wieso ich bro ich sag die ganze zeit das wählen ich sag doch du hast recht gar jungs jungs allgemein jungs allgemein jungs allgemein für die zukunft egal was man wählt oder wie was wenn man 6 ist warum wählen nur 4 leute seid ihr doof aber das stimmt 2 haben gar nicht geworfen aber das war auch die runde davor so 1 ein dummkopf von crewmate hab auch noch skip gemacht ich weiß wie wärter schwanz das war ja ja aber geisteskrank und du komm jetzt noch mal rein das ist 42 bis 40 bro nein 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 Ugo kannst du nicht bingen.. 24h46 das ist viel zu.. wir haben eine Stunde 20 gespielt das kannst du nicht machen ja nicht mal ich muss aber jetzt offline gehen Ugo realtalk bruder das ist scheisse der Korle ich wollte die ganze Zeit mal mit den Rubble kill machen du bist immer zu den Camsit gegangen Ugo das ist wirklich scheisse What the heck Ich hab nicht mal gesagt ich will spielen komm wir lass jetzt eine runde spielen dann machen wir feiern eine runde noch ich mach auch nur noch eine WAAAASH Ja, aber ich habe recht mit dem, was ich sage. Ja, ja, hast du, hast du, musst du dir lassen, musst du dir lassen. Das Coden-Duo bei mir. Da kannst du ja noch nichts sehen, Rot, nice, 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 nice. Einmal ein doofter Sein. Dann schreit er. 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 Ja, illegaler Classic. Ja, illegaler Classic, Digga, ich raste gleich aus, Will Talk, das wär illegaler Classic. Okay, wir haben ihn schon mal da, wo wir wollen. Gebrenntet Richtung Mad Bay, oder was? Willi aufm Schirm haben, illegaler Classic. Also ich will nur sagen, dass Illi vor so 30 Sekunden in den Elektro-Schlüssel reingehängt. Also, ich sage, nur Kallo und Kuba würden sich trauen, Eldos zu dingsen. Also würde ich die beiden... Die beiden schon fällig. Was hab ich jetzt damit zu tun? Ja, einfach so, weil du dich trauen würdest. Ich war doch gerade mit Jello zusammen. Weißt du, Bura, was mir zeigt, dass du ein scheiß Crewmap bist? Erzählst du mir. Lass es dir sagen? Ja. Ich war ungefähr vor 40 Sekunden mit Eldos in Electrical. Die Leiche ist in Electrical. Und ich war dann eingesperrt mit Rohat und Matze in Admin. Also, das... Was für Admin? In Storage? Ja, Mensch, ja, in Storage. Und das zeigt mir, dass du einfach nicht nachdenkst. Wolltest du nur erwähnen? Ja, ja. Ich kann, dass du nicht nachdenkst und deswegen kriegst du auch meine Stimme. Obwohl du es einfach nicht bist. Ist okay, ist okay. Du denkst einfach nicht nach. Ja, geil. Verstehe ich aber deinen Call. Er ist mit mir aus Electrical rausgelaufen. Mit mir rausgelaufen. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich nicht. Ja, die Calls sind Quatsch. Sei ich. Meine Zündschnur ist nicht da. Ich fühl den Call. Ich fühl den. Ich lass die mir bald aus. Wirklich. Er abuse das. Er abuse deine Chefposition. Aber kannst du jetzt hier safe, meine ich? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich war eingesperrt mit Matze. Ich war eingesperrt mit Rohat. Und Rohat? Ja, dann kann ich nicht sagen. Ich bin da raus. Sonst hab's auf dem Schirm. Ja, ja, ja. Hugo war auch noch in Storage. Stimmt. Mit uns. War Hugo mit uns? Ja, ja. Nice, Hugo. Ich weiß es ja nicht. Super. Gut, Colt. Hugo, das ist mein Bruder. Bitte skipp. Hugo, bitte benutzt deine Stimme. Ja, ja. Ja, ich war kurz auf Toilette. Nein, ich meine auf der Stimme. Du kannst jemanden voten. Achso, ja. Achso. Achso. Ah. Hugo, alles gut, mein Bruder. Ja. Kein Stress. Mehr das. Ja, ich war mit einem Smartphone oder alles gut. Ich war mit einer Zeit. Nein, ich will nicht. Nein, ich bin mal. Du kannst mir die Zeit machen. Ich kann jetzt erst mal mit, was man machen. Du kannst mir das03, was man macht. Dreibe STOF. Ich habe mit ihm. Ich bin ein Buchwech. Es ist das. Ich bin jemandem. Ich bin jemandem. Ich bin jemandem. Du nicht. Ich bin jemandem. Und ich bin jemandem. Du kannst mich. Ich bin jemandem. Der Scheine ist etwas. Naja... Digga, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Du hast die Leiche gefunden, Roat, aber ich muss ganz kurz zwischengrenchen. Wer war gerade mit... Wir sind zu fünft unten. Kuba, ich, Kalle, Kogo. Wer war der fünfte? Ich. Matze? Ja, Matze. Aber wo war denn der Kill? Ja, Roat, jetzt musst du ins Spiel kommen. Also, es können diesen Kill nur gemacht haben. Koray, Willi, du. Ich war in den Camps. Kommunikation. Willi war in den Camps. Also, ich bin dahin... Aber... Kommunikation ist doch an. Nein, Kommunikation ist kaputt. Ja, ich bin da reingegangen, um das zu fixen und hab ihn tot gesehen. Roat, jetzt brauche ich dich. Wo liegt die Leiche? Kommunikation. 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 Also... Du bist absolut... Urwirt Geistes-Klang-Sass. Koray oder Roat halt, ne? Machs kurz, Matze, Matze und Kalle, ihr wart oben in Elektro-Kill vorher lange, ne? Ja, ja, ja. Da kann keiner gewendet sein. Da kann keiner gewendet sein. Digga, ganz kurz, Eli, Eli, es ist doch klar. Es ist... Es muss Koray sein. Warum muss ich Koray oder Roat? Ja, es ist einer von den beiden. Wir können rein raus, aber wir können, wie ihr wollt. Das ist eigentlich schon ziemlich safe. Warum? Ich erklär dir was. Ich erklär dir was. Ich erklär dir was. Ich erklär dir was. Ich stand an den Camps. Und die Camps funktionieren nicht, weil Kommunikation, ähm, das zerstört wurde. Und Eli sagt gerade, dass die alle, Kalle beispielsweise, Hugo, Kuba und Rydex zusammen waren. Ich weiß noch nicht, wie lange da muss, da müssen mich Kalle, Matze und Hugo unterstützen. Ich kann nicht reden. Ihr müsst mir sagen, wie hängt jemand mit dem da drin was. Ich kann, ich kann Kalle eine ganze Runde. Also ich kann eine ganze Runde. Ja, ja, ja. Die ganze Runde. Hugo, Koray oder Roat haben diesen Kill gemacht. Zu 100%. Hugo, eigentlich auch. Ich hab immer geguckt auf seine Task. Oder ich find's so bodenlos. Ich wollte... Diese Communication-Kacke ist seit 150.000 Jahren gewesen. Wollt ihr mir erzählen, ihr seid so lange die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Ich versteh nicht, woher mein Call kommt. Verteidigst du jetzt dich oder Koray? Mich! Okay, das ist in Ordnung. Aber Koray... Ich sag's nochmal. Koray ganz, ganz klar, wenn ich weg bin. Koray, wenn ich weg bin. Bitte, Eli. Mach du's. Ja, ich guck auch. Ich bin aber... Er sperrt mich ein. Ich bin von der Wisch. Ich bin von der Wisch. Die Sendung. Ich bin von dem, der Wisch. Ich bin von der Erachtung. Ganz kurz. Eieiei, wer ist pink? Wer ist pink? Wer ist pink? Warte ganz kurz. Wer ist pink? Was, ich bin pink? Ich hab den gerade reportet, chill mal. Nein, ich hab Button gedrückt. Hast du ihn getötet? Ganz kurz. Ey, er hat dann gekehlt, glaub ich. Nein. Jungs, ganz kurz. War gar keinen Sinn. Koray ist in Mad Bay reingelaufen, Türen gingen zu, ich geh rein, Koray ist nicht mehr drin. Okay, dann, ja, dann war das. Was? Was? Nochmal, ich bin in Mad Bay, ich war nicht mehr in Mad Bay? Du warst nicht mehr in Mad Bay drin. Oh mein Gott, klipp dich bitte. Bitte klipp das. Machst du 100%? 100%? Ich wäre, entweder ich will es kommen mit rein oder. Ich war nicht in Mad Bay. Ey, guck mal, jetzt macht er auch kein Spaß. Es muss auf jeden Fall Koray oder. Bitte klipp das. Jungs, ich, 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 ich. Willis auf dead. Jungs, Willis auf dead. Wenn er sagt, er ist in Mad Bay, dann lügt er 100% nicht, weil ich bin durchgelaufen. Oh mein Gott, ich war nicht in Mad Bay, sagst du gerade? Ey, warte, scheiß mal, ey, Jungs, scheiß mal bitte jetzt da rauf. Digga, Kuba, ich weiß nicht, ob ich komplett auf den Kopf gefallen bin. Nein, nein, es sah sehr sass aus. Digga, es ist so, es ist so, Kuba. Bro, er ist vor mir dead. Ich komme dahin, du stehst neben ihm. Hä? Und dann sehe ich gerade, da war ich mit meiner Maus woanders auf, kurz auf der Map. Und dann sehe ich ihn und da wollte ich gerade, ohne Spaß, gerade hier auf melden klicken da. Und dann hast du, oder wer war das? Rhyrx. Digga, Kuba, du kannst raken. Ich war es nicht. Rohr, wenn du mich raus, wir haben verloren. Ich habe keine Lust, ich habe es zu zahlen. Rhyrx. Ey, guck mal, Rohr, guck mal. Jungs, Rhyrx, ich habe vorhin auch gesagt, er ist verpasst, aber. Ey, Mann, du bist ein Späsch, Digga. Rhyrx, ernst. Ich bin nicht kauer, ich bin einfach enttäuscht. Ey, Digga, Kuba hat vor meinen Augen getötet. Dann haben wir ein Save. Wir haben ein Save damit. Rohr, Rohr macht vielleicht gerade echt unnötig Fitten, aber wir sollten erst den Koray rauswohnen. Ey, Kuba, ich verstehe nicht, warum ich rausgewählt werde. Aber ich weiß nicht, guck mal, ich bin der. Ich verstehe es. Oh mein Gott, Digga, er hat die vor meinen Augen gekillt. Ich kann nicht mehr. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Let's go! Es ist geil. Aber nee, Digga, ihr seid so wütend. Nee, 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 nee. Geht doch. Witz dich. Digga, das ist so nice. Die verkacken sogar noch. Oh, Digga, nee. Es war eine Messe. Oh, wie gut ich abgelehnt habe. Oh, Digga, ich sage es dir aus Zeit. Digga, ich muss mal rumschreien mit einer Wagen ab. Ja, ich habe so gut abgelenkt. Ich habe so gut abgelenkt. Ja. Wer hat Kuba gewählt, Digga? Kalle, warst du, sei ehrlich? Wem? Wer hat Kuba gewählt, Digga? Wer hat Kuba gewählt? Ich will es auch wissen. Ich, ich, ich. Und ich stehe dazu, Digga. Man kommt einfach nicht zum Reden. Nein, das ist das. Ich sage doch mit Eli noch. Es ist Rua oder Kuba. Dieser Diskut ist zu krass. Nicht zum Ringer. Es war nur Rua oder Kuba. Bitte red dich jetzt nicht so aus. Sag einfach Tamamba. Fehler von dir. Aber geh jetzt nicht auf Biskut. Bruder, Eli nicht sagen. Es ist so einfach. Es kann nur Kuba oder Rua sagen. Ich sage, wenn ich jetzt trufe bin, muss es Kuba sagen. Ich habe es aber auch noch gesagt, dass er gewendet ist. Ich habe es gesagt wahrscheinlich drum. Jungs, also ihr macht immer Späße und so. Aber ihr wisst, dass ihr euer Geld auch verbrennt. Das haben die manchmal aber nicht auf dem Schirm. Ihr wisst, dass ihr euer Geld auch verbrennt. Ja, aber das war echt auch los. Matze, du bist doch nicht energisch genug, Digga. Du lässt einfach locker, du sagst es. Ja, Digga, sei doch mal ein bisschen überzeugender. Ich habe gesagt, Korra, ja. Nein, 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 nein. Pass auf, da kommt Rua mit seinem Kuba-Thema. Und danach wird es gar nicht mehr angesprochen. Danach kommt gar nicht mehr, dass man auf Korra gewoten soll. Ja, weil ich das so entschweige. Lass mich ganz gut hin, Bucha. Erste Runde. Wir sagen, es kann nur Korra oder Rua sein. Zweitrunde, ich sage, es ist nicht beim Mad Bay drinnen. Ich sage, es ist nicht beim Mad Bay drinnen. Und du sagst, es ist meine Schuld, dass die Kuba will. Das habe ich nicht gesagt. Auch wenn ich irgendwie Sass wäre oder sowas. Was ganz klar ist, ist das Korra ist. Und danach könnte man ja auf mich gehen. Weil ich die Ansage habe. Matze, ernst gemeint, Matze, ernst. Dieses mit diesem, ich bin nur enttäuscht von dir, das war aber gut. Sag ehrlich. Das war gut, aber das ist doch scheiße, dass du sowas sagst, Digga. Ich denke mir so, Digga, ich habe mich selbst verzweifelt, Digga. Ja, Bruder, ich habe gemerkt, aber ich muss nur, Bruder. Für den Win mache ich auch nicht. Ich mache das jetzt in Zukunft auch so, Real Talk, ich wähle direkt so die erste Runde oder auch die zweite Runde, weil es ist immer das gleiche Schema, wie man gewinnt. Man wählt nicht bis auf sechs, dann warten alle. Es sind mittlerweile dann schon alle raus, die länger über etwas nachdenken als zweieinhalb Sekunden und dann ist das Ding schon over. Also ich werde jetzt sofort rauswählen. Ich hatte Corona bei acht schon rausgewählt, ich hatte ihn sogar beim ersten schon, aber ab jetzt, es macht keinen Unterschied, es macht keine Unterschiede, bro. Nochmal für euch, da ich ja so sass war, ich habe die ersten zwei Runden, da wo ich komplett sass war, nicht einen Kill gemacht, möchte ich anmerken. Nicht einen Kill. Aber Rohat, Rohat, wer hat den, wer hat beide Rohat gemacht? Ja, Rohat hat mich direkt gekillt. Wer den gekillt hat, ich. Er hat mir ein Save Report gemacht direkt. Du hast ihn gekillt, ne? Ja, ich habe ihn gekillt und gewartet, bis ein anderer kommt, damit ich dich ankacken kann. Oh, du hast reportet? Ne, ne, du. Rohat, und jetzt die Save-Garten am besten schon. Warum hat ein Ryrick gesagt, dass er reportet hat? Hä, das habe ich gerade gar nicht gerafft. Ich habe Button gedrückt. Ja, ja, Button gedrückt. Ich habe den Button gesehen, weil er nicht mehr im verfickten Raum war. Ich habe doch das gesagt. Oh, kommst du noch? Ich habe den scheiß Button gedrückt, weil er nicht mehr im Raum war, nachdem die Tür vorzu war. Ich kriege fünf. Ich kriege fünf. Ich kriege von jedem fünf, außer vom Video und Bucher, weil wir da quits in den Ding wurden. Ja, sind wir raus jetzt, also zocken wir nicht mehr. Ja, ich bin raus. Fünf. Es fehlt noch ein, wir können eigentlich schon noch eine Runde spielen. Ja, Tama war sein Scheiß-Tack wieder, Tiga. Ich kriege auch noch fünf. Fünf von jedem, außer vom Willi und vom Bucher. Machen wir nicht mehr zehn, zehn ist zu much gewesen, oder was? Du kannst mir auch zehn gehen, mit dem Willi. Ja, kannst auch zehn. Nein, nein, nein. Ich wünsche euch was. Ja, rein, Hugo! Hugo, mein Bruder, erst mal zahlen und dann gehen, Hugo. Na, was zu zahlen? Ja, will ich zahlen? Ja, was zu zahlen? Erst zahlen und dann gehen, Hugo. Willi, wo ist das? Ich habe gesagt, dass ich mit Subs war. Hugo, nirgad. Ah, fuck. Ja, Hugo, du bist reibig. Schaumi, danke dir für deine fünf. Wer ist Schaumi? Willi, hörst du das gerade? Ja. Schaumi, ich bin Schaumi. Er hat auf einmal nicht mitgemacht. Ja, ja, ja. Ähm, Hugo fünf. Das war ich. Ja, ich habe die Rott. Nee, das warst du nicht. Nee, danke für die fünf. Ich bin da raus. Hugo brauchst du nicht, alles gut. Oder jeden Donnerstag. Hugo, mach deine fünf bei Rott als Spende. Nein, 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 alles gut, alles gut. Ich habe ja im Furry gesagt, dass ich Oris das mache. Oder wir haben halt Furry gesagt, dass jeder mitmachen hat für mich. Nein, Digga, ich fühle das auch nicht. Ich fühle das auch nicht, dass wenn jemand sagt, er will nicht um Subs machen, dass er gezwungen wird. Er stammt unten, Bruder. Nein, entweder du sagst am Anfang, du machst nicht. Er hat nicht gemacht, dann fertig. Mir scheißegal, ja. Das Problem ist dann, wenn einer nicht um Subs wettet, dann machen die halt nicht so ernst, weißt du? Ja, ist auch so. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich mich erwischt bin. Es geht ja nicht ums Geld. Ja, Hugo, ey. Oh, Subs ist Geld, Bruder. Subs ist Geld. Hey, Hugo ist dein Döner, Bruder. Ey, Kurai, ich schicke dir Paypal einfach. Also, war ich zum Sitzel? Bei mir backt es rum. Bei mir steht Saudi, da ist, wo wir was schicken. Oh, mich schwör. Ich bin auf, Josh. Hey, was soll denn das jetzt? Wie jetzt? Ich schwör, das geht wirklich gar nicht. Das ist so ein Geist. Das geht echt nicht, das geht echt nicht. Das morgen machen, ja? Nein, morgen. Ich werde nie wieder irgendwas sehen, als er. Oh, die Runde hat so geschmeckt. Warte mal, ey. Eligello, Eligello, warte mal. Eligello, nicht einmal Imposter gewesen? Nee, oder? Same. Ja, ey, Jungs, ich wünsche euch was, ja. Macht's gut. Danke vielmals für die Einladung. Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao. Ey, wieso gegen Gift-Subs gerade nicht? Mord, kann mal einer überprüfen, ja? Geht wirklich nicht. Also, bei mir gehen 5. Bei mir gehen 5, Eligello. Bei mir ist ein Geist. Sorry, da ist Warne-Roll-Shit gelaufen. Aktualisier mal. Also, mit wem bin ich gewinnt mit Koray und Rohan, ne? Ja. Also, ich schuld dir Koray, Willi und... Wer hat noch gewonnen? Mir. Super. Und Woll. Oh, geil, Alter. Diese Runde hat so geschmeckt, Chad. Die Runde hat so... Ich hatte Angst, dass du das Choke gemacht hast. Der 80er-Lachs verloren. 80er-Lachs verloren. Dafür, dass ich nie im Manga spiele, habe ich halt so gut gespielt. Digga, du hättest gar nicht gewinnen dürfen, Koray. Ich schwöre. Dass ich sage, dass du da nicht mehr im Raum bist und du erstens hast. Ich hab... Ich hab... Ich hab dir ins Gewissen geredet. Ich hab dir ins Gewissen geredet. Ja, da hast du auch, Bro, aber trotzdem. Aber Rohan hat gut abgelenkt, ne? Rohan hat gut abgelenkt, aber Bro, ich hab doch... Du hast erstens, du hast hast. Zweite Runde sage ich, dass du nicht mehr im Raum bist und keiner hört auf mich. Du musst dich bei den anderen Crew-Mails gestreiten. Nein. Bei den anderen Crew-Mails gestreiten. Ja, aber Bro, weißt du, Koray, es geht hier nicht um rumschreiten, wer am lautesten schreit, Digga, dass man hier wahrgenommen wird. Geht doch nicht, Bruder. Ich hab dir gesagt, ich bin enttäuscht, Bruder. Ich hab dir ins Gewissen geredet. Nein, aber Bro, nein. Der Buka sagt zu mir, ich muss... Hey, 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 nicht streiten. Nein, wir streiten ja nicht. Aber Bro, weißt du, es ist ja dieses... Es ist ja dieses... Nicht, wer ist am lautesten, sondern... Digga, ich sag's, ja? Und keiner hört mehr dazu. Ich bin einfach geredet, aber die haben... Nee, Kala hat Kuba gewählt. Kala, das war... Es ist so dumm, Digga. Ja, heute war krass. Aber Koray, dass du auch in den Raum gehst, du siehst, dass ich reingehe und dann einfach wendest, ist auch crazy. Das war ein Geier. Nee, nee, weißt du, was da war, Raywax? Ich hab dich mit mir eingesperrt, aber du bist durchgebackt. Ich hab' mir leid, weil ich keine Subs gebe. Bruder. Alter. Ich hör' wieder...